Willkommen zurück zu einer weiteren Runde, Comaten, Conquer, Alarmstufe Rot 2 So, dann machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben Das heißt, wir müssten eigentlich mal unsere eigene Insel so ein bisschen erkunden, eigentlich Also nehme ich mir hier mal so einen Bauwien Und dann gucken wir hier mal durch Das ist ja, hier haben wir noch ein paar Häuschen, die könnten wir uns einnehmen Aber ich hoffe auf ein Pechtgebäude Was hier nicht so vorhanden ist Okay, hier oben haben wir noch mal gutes Geld Das ist gut Ja gut, unsere Insel haben wir jetzt soweit schon mal erkundet Das ist ja schon mal was So, dann würde ich die 5 erstmal da oben reinschicken Wo hatte ich denn jetzt meinen da Lups, äh Schicken wir mal kurz da oben hin Und dann müssen wir langsam mit den Schiffen anfangen So Lassen wir die erstmal loslaufen Ob ich das Ding hier nochmal reparieren werde, weiß ich nicht Hm Schiff bereit Euch hatte ich auf die 2 gelegt Schiff bereit Schiff meldet sich Schiff bereit Ja erstmal schon mal ein bisschen Motoren arbeiten Ihr hattet ein bisschen mehr aufdeckreich Na ja Navigiere Kurs gesetzt Motoren arbeite Schon mal so ein bisschen aufscouten hier Navigiere Wenn ich jetzt ein so kleines Schiffchen verliere, ist es nicht so schlimm So Hoppala So gucken wir mal Ich höre Navigiere Training Komm ich kann ja schon mal ein paar mehr ausbilden Einheit bereit Navigiere Das ist ja nicht so weiter schlimm Navigiere Navigiere Gebäude eingenommen Motoren arbeiten Käpt'n bestätigt Käpt'n bestätigt Einheit bereit Käpt'n bestätigt Käpt'n bestätigt So Kurs gesetzt Kurs gesetzt Irgendwann werde ich euch finden Käpt'n bestätigt Käpt'n bestätigt Wir haben ja leider nicht so die Möglichkeit mit Flugzeugen zu arbeiten Käpt'n bestätigt Das heißt Käpt'n bestätigt Wir müssen das mit Amphibien BMTs machen Kurs gesetzt Motoren arbeiten Und ich brauche dafür auch noch eine richtig gute Anlaufstelle Käpt'n bestätigt Also eigentlich mag ich ja so Inselgefechte Käpt'n bestätigt Navigiere Kurs gesetzt Käpt'n bestätigt Kurs gesetzt Navigiere Gut Ich lasse dich jetzt einfach mal hier bis hinten durchlaufen Navigiere Gib mal Gas Sei mal ein schnelles Motorboot Schiff meldet sich Navigiere Käpt'n bestätigt Motoren arbeiten Kurs gesetzt Das ist aber ein großer Wassertempel hier Navigiere Ah, wir haben Land gefunden Käpt'n bestätigt Motoren arbeiten Käpt'n bestätigt Navigiere Okay, da haben wir auch schon den ersten Käpt'n bestätigt Motoren arbeiten Hier ist auch ein Bunker Cool Motoren arbeiten Kurs gesetzt Motoren arbeiten Kurs gesetzt Motoren arbeiten Kurs gesetzt Navigiere Käpt'n bestätigt Karte Motoren arbeiten Navigiere Navigiere Käpt'n bestätigt Käpt'n bestätigt Motoren arbeiten Motoren arbeiten Navigiere Naja Schieß mal weiter Navigiere Aber nicht auf uns. Käpt'n bestätigt. Käpt'n bestätigt. Käpt'n bestätigt. Navigiere. Käpt'n bestätigt. Navigiere. Motoren arbeiten. Machen wir erstmal den Umriss der... ...navigiere. Motoren arbeiten. Das sind die G-S-Kreuzer. Kurs gesetzt. Oh. Kurs gesetzt. Rismatum. Motoren arbeiten. Wir könnten ja eigentlich auch mal gucken, dass der dann einfach vielleicht mit einem Raketenangriff ankommen. Käpt'n bestätigt. Käpt'n bestätigt. Uh, der war knapp. Navigiere. Motoren arbeiten. Kurs gesetzt. Motoren arbeiten. Navigiere. Motoren arbeiten. Kurs gesetzt. Käpt'n bestätigt. Käpt'n bestätigt. Motoren arbeiten. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wo der Eingang... Einheit verloren ist. Das Problem ist, mit den Raketen werden wir nicht viel sehen. Hm. Wir könnten aber... ...schon mal euch da hochschicken. Weil euch brauche ich hier, denke ich mal, nicht mehr. Wir haben hier Tesla, Spulen und Co. Kann ich irgendeinen MBF bauen? Nein, nein. Mein MBF konnte ich auch nicht wieder einsammeln. Hm. Gut. Ah. Irgendwie müssten wir da rüber. Bloß die Frage ist, wie? Am besten mit einem Ingenieur und irgendwas einnehmen. Was weiß ich, eine Zweitbase oder so. Aber holen wir uns jetzt erstmal... Schiff bereit. Die Schiffe. Ah, passt ganz gut. Feuer nach eigenem Ermitt. Erster Hammer. Aber das Zweitbase hat auch keine Chance. Einheit befördert. Okay. Dann holen wir uns... ...navigiere. ...die drei Raketenschiffe. Kann ich ja hier nochmal ein bisschen... Ah, da fehlt nur noch einer. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt auffüllen. Mal schauen. Schiff meldet sich. Feuer nach eigenem Ermitt. Ja, erstmal das Ding hier wegschießen. Na, die ersten Raketen fliegen los. Oder fliegen die nächsten? Wunderbar. Das ist nur die Frage, wie kommen wir hier am besten durch... Ziel gesichtet. Na komm, sammelt euch erstmal hier. Schiff meldet sich. Captain bestätigt. So. Einmal hinterher. Produktion läuft. Dann baue ich nochmal fünf neue. Fünf hiervon. Ich glaube, mir fehlt sogar... ...irgendwas für Raketenboote, ne? Einheit bereit. Weil die können wir ja gar nicht bauen. Doch, wir haben alles. Wir können die nur noch nicht bauen. So, dann... Schiff bereit. Wollen wir mal. Ersten Prismaturm. Einheit bereit. Okay, wunderbar. Zweiten Prismaturm. Das heißt, die darf ich am besten auch gar nicht verlieren. Wunderbar. Gleich den nächsten abschießen. Ah, da hinten ist irgendwas. Scheint aber nicht immer zu schießen. Einheit bereit. Kommt die nächste Ladung Raketen. Okay. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. Jetzt schwimmen wir schon mal rein da. Einheit bereit. So halb. Oh, zurück. Einheit bereit. Ich höre. Feuer nach eigenem Ermessen. Na? Müsst ihr dir eigentlich drauf schießen können? Befehl war zuerst da. Einheit bereit. Ziel gesichtet. So, mach mal erst mal den Einzelnen da weg. Tut mir zwar leid mit den Raketen, aber... Einheit bereit. So. Ach, sehr schön. Ich hab da was Schönes gesehen gehabt. Okay. Okay. Ziel gesichtet. So, versuchen wir den einfach mal zu versenken mit den Raketen. Na? So, jetzt auf den da. Wir haben genug Raketenkraft. So, dann probieren wir es nochmal. So, das ist halt die Ubo da, haben halt kaum Sicht. Einheit verloren. Okay, das sind einfach zu viele. Einheit befördern. Feuer nach eigenem Ermessen. Na, kommt's. Einheit verloren. Nö, ich glaub ich werd noch ein paar Uboe brauchen, oder? Feuer nach eigenem Ermessen. Viel hier aber ist... Schiff bereit. Einheit verloren. Ich höre. Feuer. Ich höre, Captain bestätigt. Navigiere. Einheit befördert. Oh, sehr schön. Captain bestätigt. Navigiere. Motoren arbeiten. Motoren arbeiten. Motoren arbeiten. Captain bestätigt. Captain bestätigt. Vielleicht irgendwo eine Landungszone. Oh, ja. Ich hab den Prismatom vergessen. Captain bestätigt. Motoren arbeiten. Wenn wir uns mal kurz irgendwie ansetzen könnten. Navigiere. Kurs gesetzt. Kurs gesetzt. Schade, dass ich keinen MBF hab. Navigiere. Navigiere. Kurs gesetzt. Motoren arbeiten. Okay, hier komm ich nirgendswo an Land. Kurs gesetzt. Motoren arbeiten. Navigiere. Oi, 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 was haben wir denn da? Ziel gesichtet. Wo kommt der denn her? Ich höre. Der ist es nicht gut. Schiff bereit. Captain bestätigt. So, holen wir euch nochmal her. Produktion läuft. Nehmen wir nochmal ein paar Schiffe aufs Kikorn. Schiff meldet sich. Schiff der Küstenwache. Einheit verloren. Einheit bereit. Das ist aber schon krass, dass man halt drei Schiffe braucht mindestens um eins wegzuschießen. Einheit befördert. Schiff bereit. Wahnsinn. Kurs gesetzt. Schiff meldet sich. Schiff meldet sich. So, dann... Feuer nach eigenem Ernst. Dann stehe ich ja schon wieder ein Grüße, die Panzer. Einheit bereit. Wegbomben. Und die da hinten habe ich natürlich alle nicht richtig gesehen. Wald aus Gründen. Einheit bereit. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir es jetzt mit der kleineren Truppe hier jetzt hinkriegen. Schiff meldet sich. Damit ich auch mal ein bisschen was sehe hier. Einheit bereit. Ich höre. Die hier gesichtet. So. Schiff bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit befördert. Kriegt ihr die nicht kaputt? Das ist... Ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Ziel gesichtet. Ja, das kriegen wir aber noch locker weg hier. Einheit bereit. Einheit verloren. Feuer nach eigenem Ernst. Ich höre. Schiff meldet sich. So. Ziel gesichtet. Wegschießen. Schiff meldet sich. Ziel gesichtet. Kommt, jagt dich. Einheit bereit. Schiff bereit. Feuer. Einheit verloren. Motoren arbeiten. So. Navigate. Captain bestätigt. Feuer. Das ist der Flugzeugträger. Einheit bereit. Feuer nach eigenem Ernst. Schiff meldet sich. Primäres Ziel erreicht. Und das war's? Einsatz erfolgreich. Und ich wollte jetzt die ganze Base kaputt machen. Na gut. Denn, äh, habe ich das ein bisschen missverstanden. Okay. Sie haben Pearl Harbor so schnell zerstört, dass die Admiräle der Alliierten ihre Schiffe nicht mehr in See stechen lassen wollen. Besiegte Gegner 143. Durchschnittliche Zeit 45 Minuten. 31 haben wir gebraucht. Passt. General. Guten Abend. Brillante erledigt, wie ich sehe. Aber ich habe schlechte Nachrichten. Vladimir. Sie sollten das auch hören, bevor es bekannt wird. Premier Romanov ist erkrankt. Und kann nicht mehr länger seinen Verpflichtungen nachkommen. Wirklich? Aber nicht nur darum machen wir uns Sorgen. Die Alliierten verhandeln mit dem deutschen Professor Albert Einstein, dem Erfinder der Chronosphäre, einem Massenteleportiergerät. Meiner Informationsquelle zufolge ist der erste Ziel unser Forschungslabor im Oral. Ich bin überzeugt, dass die Alliierten versuchen werden, die Pläne des neuen Apokalypse-Panzers zu stehlen. Oh, hat sie der Geheimdienst nicht gewarnt, dass Einstein dahinter stecken würde? Oder ist er nicht empfänglich für ihre Manipulation? Jetzt hören Sie aber auf. Sie sind ein Verräter. Und ein Dummkopf, wenn Sie denken, dass ich Ihnen das abnehme. Genug, General Vladimir. Sie sind entlassen. Kapiert? Ihre Tage sind gezählt. General, verteidigen Sie die Berge. Ich überbringe dem Premier Ihre besten Wünsche. Oh Mann. Okay, verteidigen. Produktion neu. Schau ich erstmal kurz rein. Verteidigen Sie unser Forschungslabor unter allen Umständen. Okay. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Rekrute meldet. Order erhalten. Ankunft der feindlichen Truppen. Warte, das geht jetzt schon gleich los. Oha. Training. Gut, drei davon, fünf davon, zwei davon. Einheit bereit. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. So. Produktion läuft. Gestoppt. Produktion läuft. Kritisches Energieniveau. Neue Bauoptionen. Einheit bereit. So. Machen wir erstmal gucken, dass wir jetzt hier... Produktion abgeschlossen. In der... Einheit wird... Wir haben erfahren, dass sich vor der Chronosphäre die alliierten Truppen sammeln. Gerade wurde bereits ein Trupp teleportiert. Produktion läuft. Okay. Teleportation. Rekrute meldet. Produktion abgeschlossen. Oh, hier kann ich nichts bauen. So. Und ich brauche unbedingt meine Waffenfabrik. So. Rekrute meldet. Du gehst damit hoch. Produktion abgeschlossen. Ah. Schauen wir das hier noch irgendwie rein? Ja. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Der Apokalypse-Panzer kann sowohl Boden- als auch Luftziele effektiv angreifen. Weiß ist er die letzte Einheit, die eine Schlacht überlebt. Eintreffende Nachricht. Ich denke, wir hetzen ein paar Hunde auf die feindlichen Spione. Sie müssen sich über etwas klar werden. General Carville hat einen Laster stationiert, in der Nähe unserer Ortschaften. Er verbreitet damit kapitalistische Propaganda und hält damit unsere eigene Bevölkerung gegen uns auf. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Gut. Wir haben aber jetzt erstmal... Na komm, ich mach nochmal einen Sammler. Ah, bauen wir schon mal zwei Apokalypse-Panzer. Einheit bereit. Tesla-Spule ist direkt bereit. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Die werden mir gleich meine gesamte Energie klauen. Produktion abgeschlossen. So. Jetzt nicht mehr. Produktion läuft. Neues Ziel erhalten. So, dann brauchen wir drei weitere. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Gestoppt. Abgebrochen. Halt, 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 halt. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Das ist nicht mehr... Erdsammler unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Ruhlt sie runter. Erdsammler unter Beschuss. Produktion läuft. Einheit bereit. Können sich ja zum Glück ein bisschen selbst verteidigen. Einheit befördern. Order, Genosse. Reparatur läuft. Ja. Einheit befördern. Ei, 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 ei. Und ihre Basis steht unter Beschuss. Geht er hier schon mal gut los? Bereit, Genosse. Produktion abgeschlossen. Okay. Dann brauchen wir hier hinten noch eine Tesla-Spur. Produktion läuft. Einheit bereit. Ui, ui, ui. Neues Ziel erhalten. Training. Produktion abgeschlossen. Neues Ziel erhalten. So. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Einheit bereit. Fahrzeug berichtet. Wir machen sie fertig. Ihr beide geht mal dann los. Ein weiteres gegnerisches Bataillon wurde durch die Kallosphäre teleportiert. Einheit verloren. Okay. Produktion abgeschlossen. Neues Ziel erhalten. Training. Nochmal drei. Produktion neu. Einheit bereit. Bereit, Genosse. Angriff. Aha. Einheit bereit. Okay, Apokalypse-Panzer hat jetzt hier... Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Ei, 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 ei. Erzsammler unter Beschuss. Produktion läuft. Erzsammler unter Beschuss. Erzsammler unter Beschuss. Erzsammler unter Beschuss. Erzsammler unter Beschuss. Was macht ihr denn da? Einheit verloren. Produktion abgeschlossen. Okay, ist wieder da. Einmal hochlaufen. Energie sabotiert. Kritisches Energieniveau. Natürlich. Training. Neue Bauoptionen. Das ist so Mist. Alliierten alliierten Spione glauben, sie könnten unsere Gebäude infiltrieren. Aber unsere Hunde werden sie eines Besseren belehren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit befördert. Reparatur läuft. Einheit bereit. Erzsammler unter Beschuss. Training. Erzsammler unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Die geht richtig rund. So. Neues Ziel erhalten. Einheit bereit. Zwei weitere Dorte. Produktion läuft. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Einheit bereit. So, wie lange muss ich den jetzt eigentlich durchhalten? Das ist jetzt eher so meine Frage. Neues Ziel erhalten. Training. So, drei und drei. Bereit, Genoss. Einheit bereit. Okay, ich glaube, ich mache nochmal... Einheit bereit. Produktion läuft. Reparatur läuft. Das ist ein Sniper. Einheit bereit. Ich glaube nicht, dass mir das hier irgendwas bringt. Oh. Ja gut. Ich glaube nicht, dass ich das halten kann. Einheit bereit. Bereit, Genosse. Warte auf Order. So, du stellst dich jetzt mal da mit hin. Neues Ziel erhalten. Einheit bereit. Gucken wir mal. Produktion abgeschlossen. So müsste es eigentlich passen. Fahrzeug erledigt. Ein weiteres gegnerisches Bataillon wurde durch die Kaunosphäre teleportiert. Okay, die kommen jetzt alle von unten, so wie es aussieht. Neues Ziel erhalten. Produktion läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit befördert. Einheit verloren. Ja, kommt. Einheit befördert. Krieg ich die doch wunderbar weg, oder? Ja, passt. Jetzt bräuch ich noch einmal Energie. Krieg ich die noch irgendwo hier hingequetscht? Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Gerade so hinstellen. Gut. Da ich jetzt aber nicht weiß, wie lange die Verteidigung noch geht, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Fach. 39 40 42 42 41 42 42